So, moin Leute, willkommen zum neuen Video. Das ist oben mega dunkel, vielleicht kriegen wir gleich noch eine Schauer ab. Aber ich bin hier gerade mit Kai unterwegs, Nico der kommt nach, ein paar andere auch noch. Weil ich habe vorhin auf Instagram einen Post gemacht, dass wir uns um 19 Uhr an der Kaserne treffen in Großfeld. Einfach ganz sportal, mal gucken, ich bin mal gespannt, wie viele nachher da sein werden. Weil das wird gerade echt dunkel, aber das soll auf jeden Fall eigentlich nur ein kurzer Schauer sein, so wie das Regenradar das ansagt. Und da wollen wir halt ein bisschen rumpimmeln, ein bisschen Release machen, mal gucken, was da so geht. Da hinten, da siehst du so ein bisschen Regenschwaden, so ganz leicht, so ne? Aber da hinten wird ja schon wieder hell. Ein bisschen. Moin. Servus. Ich hoffe, es gibt noch zwei andere. Ja, noch zwei andere? Ja, hier kommen ja noch ein paar mehr. Also da waren jetzt schon die ersten beiden im Auto. Das war hinten links. Also hier hinten soll noch irgendwo zwei sein. Die wollen wir jetzt gerade mal holen. Wahrscheinlich dann mit einem Moped, aber ich weiß, ich habe keinen Plan mehr. Da sind noch zwei im Auto da hinten. Ich muss erst mal Hallo sagen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Kommen wir rein, wir sind da Nico ein. Ja. 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 Ah So, jetzt halten wir mal an und müssen noch ein bisschen talken, ey. Okay, also wir sehen uns gleich wieder, wenn wir ein bisschen getalkt haben. Ich falle mal links rüber. Das ist ein bisschen, ich kriege es auch nicht hin einfach. Ich falle mal links rüber und das will noch nicht so hundertprozentig passen. Das ist, das zieht dann richtig runter, das frustert richtig. So, jetzt fahren wir eben schon Busch hier schon hoch, ey. Keine Kontrolle über das Motorrad. So, was will der jetzt von mir? Was ist? Hey, geh mal zu dem Typen, der mit dem Auto steht. Ja. Hallo oder so. Der ist schillend Vater mit seinem 14-jährigen Sön. Und guckt ja die ganze Zeit zu und hier. Keine Angst, trau mich nur nicht zu und zu kommen. Yo. Yo, 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 yo. So, wir müssen mal eben auf die anderen warten. Wir müssen mal eben auf die Mofa und den Roller warten. Nicht, da wir die ganze Zeit voraus fahren, aber das ist ein bisschen... Ja, wir warten eben ein bisschen, oder? Aber die kommen aus Rudolfeld, die wissen, wo die Möcke sind. Ja. Dann fahren wir vor, oder? Wir müssen mal eben warten, ey. Die fahren einfach weiter. Die anderen haben nämlich gerade rote Ampel. Deswegen. Aber einfach richtig cool. Also richtig korrekte Leute. Dafür da spontan war einfach nur der Instagram-Story angekündigt. Ja, sind ja schon mal ein paar da. Ey. Ey. Ich dachte, die wollten Burger kicken. Nein. Nein. Ich komme so klein vor dem. Ja. Ja. Was? Hä? Ihr seid im Video. Okay. Oh, der war krass lang. War mein längster Wheatie, ey. Scheiß, die waren dran. Der war lang. Krass. Oh, nice. Nice, 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 nice. Nice. Dann wird selbst für die GoPro ein bisschen dunkel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie früh wir es haben. Ich glaube, er hat vergessen, dass er die Kamera ausgelassen hat. Ich hoffe, wenn er sieht das. Dieser kleine Spasti. Engine Toysha ist ein richtiger Spasti. Guck mal, da hinten. Da läuft er. Da. Kleine Spacko. Zu dumm, um eine Kamera auszumachen. Richtig abgehoben. Guck mal, wie er wieder tut, als wenn er den ganzen Karre hat, ey. Man, man, man. Der Typ, der ist ja so ein Hägel, ne? Jetzt lacht er auch noch. Jetzt lacht er auch noch. Du hast vergessen, die Kamera auszumachen, du Idiot. Ey, Kai, fahre mit deinem. Nee. Fahre mit deinem. Fahre mit deinem. Wie geht das? Ey, Junge, der fährt nicht meine. Was macht der da? Ich fahr jetzt deine. Und? Wie ist die Fahrt? Hier, den. Ach, moin, Leute. Ich bin jetzt schon zu Hause. Ich habe es voll verpeilt, die Verabschiedung zu machen. Aber, ähm, was soll ich sagen? Äh, ja. Aber, war halt voll dunkel und so. Ihr hättet eh nichts mehr gesehen, deswegen jetzt die Verabschiedung. Und klar, ich hoffe, mir hat es gefallen. War ein mega geiler Abend. Habe richtig Bock gemacht mit denen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.